Was steht sie denn da so nachdenklich? Ich sag, geht doch weiter jetzt hier. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DinoCrisis 2 hier auf The Nightmare Life mit mir, dem Drey. Und wenn ich ein bisschen nuschle, dann liegt das nicht daran, dass ich hier vielleicht ein bisschen... sondern ich kann halt einfach nicht richtig sprechen. Und darüber macht man sich nicht lustig. Ich darf mich darüber auch nicht lustig machen, denn immer Menschen mit Binnen und Binnen macht man sich nicht lustig. So, direkt mal das Niveau gesetzt. Wir ballern hier jetzt weiter ein paar Dinos ab. Denn das macht Fun und Fun. Oh Mann, oh Mann, macht das Fun und Fun. Ich hab's geahnt eben. Drecksviecher. So, genau. In der letzten Folge habe ich das Schlüsselwort für die letzte Folge. Einfach eine Schlüssel. 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 Und in der letzten Folge habe ich nämlich den Schlüssel, den Dylan hier vor die Tür geschmissen hat, ausgetauscht gegen eine andere Schlüssel im Schlüsselsystem. Weil man kann immer nur ein Schlüssel pro Schlüssel tauschen. So, und zwar habe ich den grünen abgeben und habe jetzt den blauen geholt. Wenn wir uns zurückerinnern an das erste... Max Payne hätte ich fast gesagt. Das erste DinoCrisis, wo die Türen noch mit teilweise echt krassen Rätseln verschlossen waren. Ist das hier lächerlich. Hört mal die Maul, Alter. Oh Gott. Regina ist mit dem Mädchen zum Patrouillenschiff zurückgekehrt. Dort drehen sie einen Film für... ... oder you. Ausgedreht, Alter. Es kann die ganze Hand reinpassen. Was ist falsch mit dir? Du bist ein Überzeuger, oder? Bitte, wir sind hier, um Hilfe zu helfen. Ja, man kann es mit diesen... die Füße stampfen auf Metall rum... Geräusche auch übertreiben. Ein Alosaurus. Garantiert. Es war nicht Dinosaurier. Okay. Es muss jemanden kommen in hier und verletzten alle Computern. Das heißt, wir trafen. Der Activator für die Gate ist auch broken. Wir können nicht zurückkommen zu unserer eigenen Zeit. Wir müssen die Leute mit dem Helmetschiffen haben. Wir müssen uns auch verletzten. Wir können nicht mehr und verletzten unsere船. Okay. Wir müssen uns etwas in diesem Welt, um uns zurückzukommen zu unserer Zeit. Oh Mann ey, warum ist denn das so? Übrigens, wie immer die Anmerkung, ich hoffe, dass ihr dieses Masseproblem nicht hört. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Meistens kriege ich es rausgefiltert, falls nicht, Entschuldigung dafür. Ich habe noch keine Lösung für das Problem. Nein, ich bin ein Engineer. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Ich würde das Ding eher Zeitmaschinen nennen, aber ist okay. Okay, wir scheinen da unten zu sein und wollen da hin? Oder wollen wir da hin und sind... Wir sind doch nicht in der Research Facility, oder? Da sind wir. Okay, dann sehen wir erstmal zu, dass wir da rauskommen. Ich weiß ungefähr, wo ich mit ihm hin will. Wahrscheinlich ist das sogar der Ort, wo ich hin muss. Dann gucken wir, ob ich da hinkomme. Sehr viel hin, wenig her. Gucken wir mal ganz gut in den Shop, dass wir so an Waffen haben. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet. Ich weiß nämlich nicht, ob er und... Ah, okay, die Waffen werden auf jeden Fall... Hä? Okay. Ach, guck mal an. 15.000. Schwere Klinge. Ich weiß nämlich nicht, ob ihre Punkte geteilt werden, aber... Achso, ich wollte speichern. Aber wenn die Waffen schon geteilt werden, werden die Punkte wohl auch geteilt. Wäre ziemlich doof, wenn es anders wäre. Und ich muss mir unbedingt mal angewöhnen, eine zweite Memory Card zu emulieren hier. Das ist immer so ein bisschen scheiße. Oh, ich habe... Ich habe... Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe mir vor ein paar Wochen, Monaten vielleicht mittlerweile schon, so ein PlayStation 2-Paket quasi gekauft. Von einem Arbeitskollegen, von meinem Bruder. Für einen Schnapper wirklich, ich glaube 30 Spiele oder so. Und die Slim PS2 für einen Fuffi. Und da waren sogar Speicherkarten mitzwischen, die mittlerweile bei 10, 15 Euro liegen bei Amazon. Also echt ein Schnäppchen gemacht. Ein paar Spiele funktionieren nicht, ein paar habe ich jetzt doppelt. Aber allein die Speicherkarten sind schon wert. Es ist ein Autopilot-System. Es wurde kein Ziel programmiert. Er startet erst, wenn ein Ziel eingegeben wird. Gut, wir haben kein Ziel. Und ich möchte sie nochmal ganz kurz angaffen. Deine Haare... What happened to your Haare? So, dann gucken wir noch ganz kurz, was Reggie macht. Wahrscheinlich lackiert die sich die Fußnägel oder so. Es ist eine Starteinheit. Die Batterie zum Starten ist zerstört worden. Okay. Reggie ist verzweifelt. Es ist das Zeittor, das diese Welt mit der Gegenwart verbindet. Es ist zerstört. Eine Reparatur scheint unmöglich. Ein Resident Evil-artiges Spiel, in dem man eine Batterie suchen muss. So, auf auf. Los geht's. Los geht's in die wilde Fahrt. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was ich noch so alles wiedererkennen werde von damals. Es sieht schon nice aus. Also für ein Playstation 1 Spiel ist es teilweise schon echt schick. Aber es war halt auch das Ende der Playstation 1 Ära. 2000. Wann kam PS2? War das 2001? 2002 irgendwann? Es ging ja dann irgendwann relativ zeitnah dann schon los. Und ich habe auch ein... Ähm... Oh oh. Wo? Da oben. Ein... Alu. Ne, doch ein Alu-Saus. Ich wollte sagen, ich habe auch in einer etwas älteren Kritik, äh, zu dem Spiel. Ups. Oh, alter, alter, alter. Oh, Foam-Demole. Ich sehe nicht mal, wo ich bin. Hat er mich losgelassen? Ja, hat er. Und ich blute. Äh, in einer etwas älteren Kritik natürlich dazu auch was gelesen von... Scheiße, da steht keine Blutung. Da stand so was drin wie, wer braucht schon eine Playstation 2, wenn es doch für die PS1 immer noch so schicke Spiele wie Dino Crisis 2 gibt. Und, ähm... Naja. Also, selbst die Anfangsspiele von Playstation 2, wobei ich jetzt nicht genau weiß, welche das denn waren, sind, glaube ich, doch sehr viel schicker als, äh, das, was man nie auf der PS1 noch so zu, 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 zu sehen bekommt. Ähm, selbst zum Ende der Ära. Übrigens Playstation 2 kann ich ja einfach mal so ankündigen hier jetzt, äh, ohne dass ihr mich drauf festnageln könnt. Aber vielleicht habt ihr es auch neulich schon gesehen auf Twitter, Google Plus und Facebook. Muss ich ganz kurz mal überlegen. Habe ich nämlich ein Bild getwittert, gepostet, ähm... Da hatte ich Post bekommen von... Davon brauche ich auf jeden Fall... Nehmen wir mal zwei mit. Ähm... Und zwar habe ich Post bekommen aus Japan. Äh... Natürlich, weil ich es bestellt habe, nicht einfach so. Und, äh, auf jeden Fall wird demnächst wohl etwas, äh, im Playstation 2, aus dem Playstation 2 Lager kommen. Hier auf dem Kanal, was, ähm, Japan-exklusiv ist. Aber, äh, es gibt eine Fan-Übersetzung. Und ich habe mich mal auf YouTube so ein bisschen umgeguckt, weil ich wollte halt einfach auch wissen, Was ist das für ein Spiel? Also, ähm... Worum geht's da? Und, äh, warum... Also, lohnt sich das? Sagen wir mal so, lohnt es sich, das zu holen? Weil das Spiel aus Japan nicht unbedingt die billigsten sind. Wobei das doch relativ... Es ging eigentlich. War okay. Äh, dafür, dass ich es nicht spielen kann. Und jetzt einfach nur in der Sammlung stehen habe und das Spiel letzten Endes über den Emulator läuft, ähm... Ging's eigentlich. Auf jeden Fall habe ich dann geguckt und es... Ich habe kein deutsches Let's Play dazu gefunden. Und alleine das hat mich neugierig gemacht. Ähm, selbst englischsprachige Let's Plays habe ich nur, ich glaube, zwei gefunden. Von Wolfman und dem anderen Namen weiß ich schon gar nicht mehr. Äh, und der Wolfman hat eine saumäßige Audioqualität. Ich komme mir doch nirgendwo durch ohne Regina. Was ist denn das für Scheiß? Ich will doch nur um die Machete. Und alleine das hat mich neugierig gemacht. Jetzt werden wir vielleicht... Ich meine, vielleicht ist es ein bisschen vermessen zu sagen. Aber vielleicht sind wir dann die Ersten hier auf dem Kanal, die dieses Spiel mit einem deutschen Kommentar, äh, abliefern. Wie gesagt, das Ding ist fernübersetzt, ähm... Auf Englisch. Es gibt leider keine deutsche Version. Allerdings bin ich auch noch da. Und wenn ihr dann irgendwie Fragen habt, äh... Bezüglich der Übersetzung, beziehungsweise ich werde auch versuchen, simultan zu übersetzen. Dann, äh, erkläre ich das natürlich alles ganz gerne. Oh, da geht's doch rein, oder was? Okay, sieht nur so aus. So, bekämpfe ich den jetzt, oder was? Ich wollte mir Munition kaufen. Okay, ich bekämpfe den nicht. Ich haue lieber ab. Wie komme ich jetzt eigentlich auf das Spiel? Keine Ahnung. Namen sage ich noch nicht. Eventuell wird das auch gar nichts. Schauen wir mal. Ich warte jetzt noch auf was anderes. Nämlich einen Adapter für PC, dass ich mit dem PS2-Controller auch wirklich mit, äh... Wie heißt das? Mit Vibrationen und dem ganzen Quatsch, ähm... Wo man dann auch zocken kann, gemütlich hier auf dem Sofa. Und, äh, wenn das alles funktioniert, dann wird's das gar nichts geben. Der Jeep wurde von einem Erdrutsch zerstört. Er blockiert den weg. Das war, glaub ich, richtig gut. Achso, hier bin ich. Ja, okay. Alles klar. Mal schauen. Ich bin auch gespannt, ob ihr da irgendwie, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt auf das Spiel. Äh, wieso das Feedback wird. Aber ich sag mal so, es gibt auch Rocket Beans TV, falls ihr das kennt. Von den... ...ähmaligen Game One-Jungs. Die haben ihren eigenen Twitch-Sender. Scheiße. Ähm. Gab es, beziehungsweise gibt es jetzt, glaub ich, ja wieder... Ach, sieh, das wollte ich nicht gucken. Ähm, Kingsfield 4. Und, äh, das Spiel, was ich zocken will mit euch, ist sowas ähnliches. Und das hat mir als Let's Play, als zum Zuschauen wirklich sehr gut gefallen, weil das irgendwie... Das ist voll entspannt. Keine Ahnung. Also ich fand das irgendwie witzig oder schön mit anzusehen, so. Und ich hoffe, dass ich dann mit dem Spiel, was ich dann zocken werde, das Ähnliche kriege. So, jetzt habe ich hier die halbe Folge nur über kommende Projekte, eventuell kommende Projekte gelabert. Jetzt müssen wir mal wieder auf das Spiel zurückkommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin komplett woanders, wo ich vorher noch nicht war. Und ich... Ich muss mal gucken, ob ich hier überhaupt richtig bin, aber ich meine, ja. Jetzt geht es auf die Map. Wir sind da und wir wollen da oben hin, wo das S ist, oder? S ist... Auch wenn da drüben rechts auf der Karte eine rot verschlossene Tür blinkt, was für mich so viel bedeutet, wie da musst du hin. Aber ich will da oben hin, zu dem S. Schau mal. Shit, vielleicht sollte ich meine Munition nicht so hart verballern. Oh Gott, da habe ich eigentlich einen Flammenwerfer mit? Ich hoffe. Das ist krass. Bei Dino Crisis 1 war es noch so, dass du irgendwie keine Munition gesammelt hattest. Und dadurch irgendwie so ein bisschen, ja, Schwierigkeiten aufkamen. Ah, ist ja gut. Und jetzt ist es hier so, dass du deine Magazine einfach vergrößern musst, damit du genug Munition mittragen kannst, um die Gegner zu besiegen. Aber ist ja auch so ein Ding, ne? Also du findest ja zwischendurch keine Munition. Ist natürlich eine feine Sache, weil warum sollten die nur sauer Munition droppen oder sowas? Wobei haben sie im ersten Jahr auch nicht gemacht. Aber, ähm, du musst dir den Scheiß halt kaufen. Und um dir das kaufen zu können, musst du dich hier halt erledigen. Finde ich eigentlich ganz nice. Ist halt mehr ein Videospiel als alles andere. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Achso, jetzt sind wir hier. Warte mal hier. Ne, da waren wir ja da. Ne, 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 da ist nicht, da ist nicht so richtig. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Oh, jetzt geht meine Orientierung wieder flöten. Ne, erst mal shoppen gehen. Kann man an verschiedenen Portalen verschiedene Waffen kaufen, oder was? Aha. Also ich kaufe erst mal ein Magazin und zwar die Coupé. Coupé. Okay, füllt nicht auf. Schade. Ich habe nicht gedacht, dass man dadurch dann automatisch auch irgendwie die Munition aufgefüllt bekommt. Aber nö. Aber nö. So, dann kaufen wir nochmal schnell ein Hemostat. Lass mal direkt zwei kaufen. Ein mittleres Medipack. Ich weiß übrigens gar nicht, ob man hier auch wieder kombinieren kann. Ob man quasi das Hemostat einfach mit einer kleinen oder mittleren Medi-Dingsbums kombinieren kann. Und dadurch dann die Wirkungen verbindet. Keine Ahnung. Muss man mal ausprobieren. So, Giftzone. Giftzone. Jetzt gehe ich hier wieder runter. Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss wirklich da, wo die Tür blinkt, oder? Missile, Silo, kann ich wahrscheinlich noch nicht hin. Gut, ich gucke mal eben, in welche Richtung ich gehe. Ja. Dann gehen wir zurück. Ach, kaum sind die Pflanzen weg, kommen die Dinos, oder was? Schweine, ey. Ach, nee. Ich halte gerade Vierecke drückt. Er rennt übrigens die ganze Zeit durchgehend. Also man kann hier nicht langsam gehen, glaube ich. Könnte man, ja, bei Dino Crisis 1 konnte man langsam gehen, ne? Oh, der scheiß Flamme wäre was zu langsam. Vielleicht hätte ich die Waffe wieder wechseln sollen. Oh, natürlich, natürlich blute ich direkt. Oh, keine Ahnung. Weapon, Hauptwaffe, Schrotflinte, gracias. Achso, mach mal. Ne, brauche ich ja hier gleich die Machete. Oh, das ist wie bei Silent Hill hier. Atmosphärisch. Äh, nee. Ähm, wenn man aus dem Menü rauskommt, geht das Spiel schon weiter, obwohl man noch nicht im Spiel quasi drin ist. Das ist bei Silent Hill 1 auch so gewesen. Ich stecke richtig hoch. Äh, aber die KI, wenn du direkt vor Gegnern stehst oder so, die wissen dann direkt schon, äh, da geht's schon direkt los. Beziehungsweise Vi. Grüße an den Deber. Aber KI ist halt Marketing-Sprech und das funktioniert bei mir leider sehr gut. So, wir betreiben wieder ein bisschen Backtracking. Ist ja nichts Neues. Äh, äh, äh. Nee, Backtracking ist nichts Neues. Stimmt. Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Backtracking ist nichts Neues. Das ist ganz schön deep schon fast. Also kurz davor. Es ist, nee, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es Quatsch. Ich weiß nicht, ob die Viecher irgendwie stabiler werden oder ob die Waffe schwächer wird mit der Zeit oder was. Äh, aber habe ich die Viecher nicht vorhin noch mit einer Schotflinte mit einem Schuss gekehlt? Alter. Der gute Dylan hier, da. Gut, dass ich nur auf dem Mittel spiele. Ich hätte auf Leichen stehen sollen. Ich hätte heimlich irgendwie auf Leichen stehen sollen. Das hätte man ja im Schnitt richtig schön rumdrehen können. Oh man, wir sind schon wieder drüber. Normalerweise müsste die Folge jetzt zu Ende sein, aber ich möchte noch ganz kurz, ganz kurz mal eben. Okay, die springen nicht runter. Okay. Ich möchte zumindest in die Nähe des Zieles gelangen, zu dem wir wollen. Okay. Jetzt verrecken die wieder mit einem. Ich raffe das nicht. Hängt das irgendwie mit der Entfernung zusammen? Die ich zu den Gegnern habe, oder was? Muss ja. Jetzt waste ich hier schon wieder Bullets ohne Ende. Sorry, übrigens für die ganzen Anglicismen. Anglicismen? Anglicismism? Keine Ahnung. Kein Schaden, 2000 Punkte. Booyah. Äh, ja genau. Sorry für die Anglicismen. Ich versuche hier nicht, äh, pretentious zu sein. Aber, ähm, Punkt. Nein, 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 nein. Spring noch runter. Haha. Genutzt. So, jetzt nach oben kann ich ja gar nicht. Ähm. Aber ich muss auch nicht nach oben. Ich muss ja nach unten. Da will ich nämlich lang. So, da kommen wir nämlich noch hin. Komm, da kommen wir noch hin. Komm, komm. Klar, das meine ich. Das Spiel, ich war eigentlich noch in der, auf der Karte. Aber das Spiel lief für die Gegner schon weiter. Das ist, das ist mies. Capcom. Capcom. Whatever. Das ist mies. Das ist mies. Das ist mies. Hä, aber. Nein, sag jetzt nicht. Ich hätte die schwere Klinge kaufen müssen. Oder kann ich das eh vorher auch mit dem Flammenwerfer beseitigen. Das probieren wir noch aus. Wenn das nämlich nicht klappt, dann gehe ich los, hol die Machete und komm dann. Er hat doch die Machete. Och, Dray. Konzentrier dich doch mal. Nichts Ganze. Er hat echt das Gefühl, du spielst nur noch für die Klicks. Ja, natürlich. Okay. Ich bin das auch nicht gewohnt. 20 Minuten Let's Plays. Wer macht denn 20 Minuten Let's Plays? Eine halbe Stunde. Das ist das wahre. So, jetzt sind wir wieder hier. Scheiße, aber hier musste ich hin, oder? Das war schon richtig. Ja, das ist richtig. Alles klar. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich bei allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Schreibt es in die Kommentare, dann kriege ich den Daumen nach oben dafür. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Und tschüss. Jetzt habe ich hier ein Peace-Zeichen in der Luft gehalten. Sieht doch eh keines.